Hallo Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Teil des Informationsjahres nach einer Woche Urlaub starten wir morgen planmäßig mit Videos 12 Uhr. Ja es sind Ferien, wir haben uns jetzt eine Woche Urlaub gegönnt in der letzten Schulwoche die wir hatten. Jetzt starten wir wieder ganz regulär mit unserem Standard. Nächste Woche aktuell noch aufwend. Plus um 18 um 7 und gegebenenfalls noch LS in irgendeiner Reihe wenn wir das noch aufkommen. Glaube ich aber nicht denn wenn wir im Datum gucken. Wir haben 16.03 morgen das erste Video. Ich glaube da nicht dran. Kann aber immer noch passieren dass wir zwischendurch noch auf nur für euch zu informieren. Nächste Woche planmäßig. Nach einer Woche entspannt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt das Fußballspielen das in einer Stunde. Und dann sind wir da auch schon wieder mit durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch die ganze Woche und wir sehen uns Standard.